Bei Sylvie Mais wird Weihnachten märchenhaft. Momentan ist die schöne Moderatorin bei jeder Vorstellung der neuen Holiday on Ice Show Believe als Geschichtenerzählerin zu sehen. Aber nicht nur beruflich, auch privat hat sie eine enge Verbindung zu den sagenhaften Erzählungen der Gebrüder Grimm und Co. Ich habe immer Märchen geliebt. Also ich bin natürlich aufgewachsen auch mit Märchen. Meine Mama hat mich immer vorgelesen und ich mache das auch für mein Kind. Auch zur Weihnachtszeit dürfen Märchen deshalb nicht fehlen. Höchstpersönlich liest Sylvie da schon mal die eine oder andere Geschichte vor. Das ist einfach schön, das ist eine andere Welt. Da kann man sich selber so ein bisschen verlieren. So sorgt die Blondine tatsächlich für ein traumhaftes Fest der Liebe.